Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir Fortnite spielen. Und zwar mit dem neuen Weihnachts-Skin. Und zwar diesem Geschenke-Skin. Keine Ahnung wie der gerade heißt. Aber der ist ultra geil. Und ja Leute, ich würde einfach sagen, heute spielen wir eine normale chillige Runde. Und ja Leute, lasst ein eigenes Abon da. Bis gleich. Bei mir landen schon 3, 4 oder so. Das ist kein Problem. Lasst ein Abo da. Schaut gerne bei Mathe YT100 vorbei. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr Fortnite-Content wollt. Oder schreibt in die Kommentare, was für Videospiele ich austesten soll. Oder was ich insgesamt so machen soll. Oder warum läuft die Musik hier? Okay Leute, der Pro Player. Was will? Ehe, contact nicht? Ehe, kontrakt nicht. Ehe, die Musik hier. Ehe, die Musik hier. sie das dafür legt und ein abo da lässt ich habe ihn gerade gesehen und hat mich so gar nicht mal gesehen oder da warte da kommt noch einer bei dem mann die nächste runde heute naja sie noch nicht mal gewonnen aber läuft schon mal gut leute läuft schon mal gut würde ich sagen dass jetzt 4 kills hatte damit dies kurz seht dafür kids let's go ja leute ich würde sagen sie sind einfach ich muss nicht bauen ja leute let's go 5 kills läuft schon mal läuft schon mal läuft schon mal schreibt mal in die commis was für an welchem ort ihr immer landet und dann in diesem ort wo ihr sagt werde ich auch eine challenge man überleben also ganze runde dort zu überleben das heißt man darf aus dem ort nicht raus ist die tradition von mir und matte y 100 mit ihm werde ich auch da machen schalten die commis und wenn die frau nicht was dann suche ich mir dann alten ort aus alles gut ok gut also ich meine dieses rot punkt wie sie trotzdem wird auch geschossen ok ja leute schreibt auch in die commis einen netten kommentar dann grüße ich euch auch im video alles so wir sind gerade unter dem top 25 mit 6 kills also läuft schon mal läuft dort hinten wird geschossen ok leute schreibt ihr in die commis ob ihr diesen skin schon abgeholt habt und wie findet ihr ihn weiß nicht für welchen äh kampf ich mich entscheiden soll ich kann einfach den hier ich höre halt gar nichts ne jetzt höre ich danach gehen wir den hinter mir aber vorerst mal müssen wir auf den hier ok leute damit ihr einen lustigen kill diese runde habt kam eine überfahrung ok einmal hier eine drehung machen und hier ah nein nein bringen wir nicht viel bam leute let's go mit dem auto überfahren siebter kill zu nice let's go als neifer überfahren der arme der spielt nie wieder fort mit glaubt mir jungs glaubt mir dort hinten wird geschossen weiß nicht wo wird ich hab verabschieden oder ich hab gerade, ich habe einen Kill gemacht. Alter. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. Let's go. Ich habe den Mut geschossen. Ich sehe halt gerade niemanden. Aber wir werden den schon finden. Hör, nein, kurz verfehlt. Alter. Alter, was hat der für einen Schaden gemacht, Digga? Der hat einfach ein Bot oder sowas. Easy. Leute, sagt mal bitte, wie hart das hier backt. Oha, oha, ich habe mich doch gerade gelegt, Digga. Hör runter. Ich weiß nicht, was ich mache mit den Jungs. Ich schläge einfach ein und haue ab. Oha, ja, ja, ja. Später Knopf hat. Yo. Wir gehen einfach in einen anderen Kampf. Hauer. Okay, ja, kein Bock hier jetzt gegen Bots, die in die Schaden schiebt. Wie kalt ist bitte der Typ gewesen? Alter, Leute. Krank. Echt krank. Ja, okay, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Ach, dieser Spieler kann einfach anders snipen. Ja, Leute, in diesem Video grüße gehen raus an MatheYT100 und meinen Opa und Oma. Let's go. Ciao. Ciao. Vielen Dank.